Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu den schlechtesten Handy-Games, die es momentan zu Hello Neighbor gibt. Ich hab da schon mal ein Video drüber gemacht, aber es gibt immer noch extrem viele Spiele, die einfach so lächerlich sind. Und ich hab mir überlegt, das auch bald mal zu anderen Games zu machen. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen dazu, was man machen könnte. Was ich noch sagen wollte, ich hab jetzt endlich einen Creator-Code. Ja! Und zwar Doofix mit 3 U. Das heißt, falls ihr euch bei Epic Games irgendwas kauft, sei es Fortnite oder sei es Hello Neighbor, dann könnt ihr meinen Code angeben und mich so unterstützen. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice und ähm, ja, los geht's. Oh, ich hab jetzt richtig Bock, paar richtig qualitativ hochwertige Spiele zu spielen. Okay, das erste Spiel heißt Neighbor Hide and Seek. Ja, das fängt schon mal vielversprechend an. Oh, 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 die Schrift ist so groß, mein Gott. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Okay. Ich bin schon im Nachbarshaus drin, oder wie? Hä? Warum wird das Herzklopfen schneller? Es ist ein... Oh, da ist jemand reingekommen. Oh, es ist der Nachbar. Hä? Es ist gerade frisch von der Safari wiedergekommen, oder wie? Oh, nein, 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 nein. Ich wollte nur angucken. Wow. Oh, ich weiß, finde den Schlüssel, okay, gut, ich mache ja schon. Was ist denn dieser? Ah. Ist das der Schlüssel? Ah, diese Schrift, man, das hört richtig weh in den Augen. Finde die Geheimnistür und nimm dir den Schlüssel, um sie zu... Junge, ich wollte doch lesen, was ich tun muss. Was muss ich finden? Nochmal einen Schlüssel? Warum kann ich dieses Huhn eigentlich nicht essen? Das sieht immer richtig geil aus. Okay, hier glänzt irgendwas. Ach so, hier muss ich den Schlüssel benutzen. Ach, Level geschafft, damit du jetzt wieder eine Werbung einblenden kannst, oder was? Ja, finde Nemo für Arme oder... Ja, komm! Finde ein Papier. Äh, du meinst das Ding hier direkt vor meiner Nase? Nee. Ach, das hier. What? Ich war gerade außerhalb der Map und jetzt kommt wieder eine Werbung. Tadaaa! Das ist die Masche. W-Warum wird sowas überhaupt angenommen? Testet das niemand, bevor das überhaupt in den Playstore kommt? Ahaaaah! Finde einen weiteren Schlüssel, um eine weitere Geheimnistür zu öffnen. Juhuuu! Dieser schnelle Puls hört sich irgendwie an, als würde gerade ein Pferd galoppieren. Wuuuhuu! Pfff! Finde den Schlüssel, den du zu einer weiteren Tür gefunden hast, um die Geheimnistür zu öffnen. Pfff! Wo ist denn diese Geheimnistür? Oh ne! Das Pferd ist schon wieder auf den Fersen. Okay, das wird dann wohl das sein. Findet er... Was? Hä? Wow! Hat das Spiel einfach von neu angefangen? Pfff! 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 Pff! Pfff! Pfff! Pff! Pfff! Musik. Ja, okay, ich weiß auch, wie man Spielesteuer danke. Ich geh jetzt dahin, platziere ein Geschenk und renn weg. Perfektes Voice Acting. Der Nachbar schläft, aber die Haupteingangstür ist offen. Lass uns ein Spaß haben, indem wir deinem Nachbarn Ratten schenken. Warum? Lass ihn doch in Ruhe. Oh, jetzt haben wir hier eine Facecam, eine Neighborcam. Warum leuchtet jetzt sein Bauch? Hat er eine Stern-, ist er schwanger von einer Sternschnuppe oder sowas? Okay, ich muss ihm den Käse auf den Bauch schmeißen. Okay. Ist das scheiße. Erschreck ihn mit einem Skelett. Warum lass den armen Mann doch in Ruhe, der hat nichts gemacht. Das lass ich jetzt mal unkommentiert so stehen. Der Nachbar geht baden, erteile ihm einen Elektroschock. Also, das bringt ihn doch um, oder? Wir bringen ihn jetzt einfach um. Also, ich finde, hier hört der Spaß auf. Das waren ja bis jetzt ganz witzige Streicher. Aber das ist einfach Mord. Ah, da ist er. Hey, Nachbar. Geh da nicht rein. Tu das nicht. Das sieht man wahrscheinlich nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Ah, 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 ah. Hm. Ah, oh mein Gott. Oh, oh, oh. Und an diesem Tag ertrank der Nachbar und starb einen qualvollen Tod. Und falls er noch nicht gestorben ist, lebt er noch heute. Das hat grad irgendwie verdammt gut gepasst. Okay Leute, das war's mit Scary Neighbor 3D. Ich fand es extrem scary. Ähm, ich gebe diesem Spiel ein Arm von einem Nachbarn, von fünf Nachbarn, weil es eine Badewanne im Spiel hatte. Das hat mich gefreut. Scary Neighbor 2018. Zehn. Ach Gott. Ich meine, es gab nichts besseres. Ich hab wirklich die ersten zehn Vorschläge angeguckt und das runtergeladen, was halt irgendwie witzig aussah. Und das haben wir jetzt davon. Wow, die Musik wird jetzt richtig krass. Verstecke dich vom Scary Man. Was ist denn ein Scary Man? Wow, ich hab ne Kanone? Wow, das macht Lasergeräusche. Okay. Cool. Was ist da los? Oh, was ist das denn? Reingeguckt. Okay, kommen wir nebens. Welches dieser fünf Symbole ist wohl das Symbol zum Aufheben? Ah, okay. Was ist das? Hä? Wer seid ihr denn? Au! Weg mit dir. Was zur Hölle hab ich mir hier runtergeladen? Was ist das? Das hat ja überhaupt nichts mit Hello Neighbor zu tun. Warum kommt das alles vor? Warum lebst du wieder? Okay. Schon wieder die gleiche Werbung. Hör doch auf. Es ist mir sowas von egal. Dein Drecksgarten soll verbrennen, Alter. Es steht auch immer genau das gleiche als Hinweis. Immer genau das. Und die kommen näher. Wenn ich das Dings lese. Was ist das überhaupt? Was sind das für Typen? Warum erschiesse ich die mit einer Kanone aus der Zukunft? Was ist das? Scary Neighbor 2018. Bekommt von mir 0,2018 Nachbarn von fünf. Ist Hello Neighbor fürs Handy immer noch nicht draußen? Warum denn nicht? Dann ist es ja kein Wunder, dass diese ganzen dummen Kopien rauskommen. Und die machen ja auch nichts dagegen. Was gibt's denn hier sonst noch? Weil ich hab langsam echt keine Geduld mehr. Ich möchte irgendein Spiel finden, was ein würdiger Abschluss ist. Wer haben wir denn hier? Granny. Das Hype Spiel des Jahres. Oder zumindest war es das mal. Das heißt, wenn ein Spiel bekannt ist, dann muss es auch gut sein. Yay. Oh, wir haben hier eine ganze Spielsteuerung. Tür öffnen. E. Verstecken. E. E. Fallen lassen. E. E. Wow, welches mega Update hat denn das bewirkt? Okay, das ist das Hype Spiel. Das... Ich mein, das hat einen riesen Hype. Das muss ja irgendwas bieten, was mega interessant ist, außer diesem Teddybären. Extrem. Oh, okay. Wir wachen auf in einem unbekannten Raum und wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind. Das ist ja mal eine Geschichte, die ganz neu ist. Ähm. Sie ist schon da. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Hä. Was willst du jetzt tun? Oh, okay. Oh. Das hat mich erschreckt. Tag 2. Es geht einfach weiter. Das ist ein normaler Tagesablauf im Hause Granny. Das ist einfach ein Fremder in ihrem Haus. Sie schreit den einmal am Tag an und dann geht halt der Tag vorbei. Ich muss dieses Haus verlassen. Stand das letztes Mal auch schon da? Oder ist es ihm erst jetzt klar, dass er dieses Haus verlassen muss? Ich würde sagen, so wie das hier ausschaut, vor allem grafisch, der Hype ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Eine Badewanne! Okay, nee, das akzeptiere ich nicht. Also erstens ist die Form total eklig und da ist Blut drin. Wie hast du mich gefunden? Okay, ich glaube, ich hätte es nicht auf extrem schwer anstellen sollen. Fortnite-Werbung, das passt so gut. Tag 3. Ich wurde schon einmal angeschrien und einmal voll auf den Kopf gehauen mit einem Baseballschläger. Aber trotzdem hat mich die Granny ins Bett gebracht und alles war wieder gut. Ey. Wow, okay. Wo kommst du denn jetzt her? Ich möchte mal wissen, was passiert, wenn ich einfach fünf Tage lang immer nur gehauen werde. Bekomme ich dann... Ich weiß nicht, was ich dann bekomme. Ich habe jetzt überall Bolognese im Gesicht. Warum? Das stört. Guck mal, wie schnell die ist! Junge, keine Oma der Welt kann sich auch nur annähernd so schnell bewegen. Das kommt auch schon wieder hier an dieser Stelle wieder Fortnite-Werbung. Also wenn man bald bei Granny irgendwelche Skins kaufen kann, dann seid nicht überrascht. Ich will das nochmal sehen. Guck mal, wie schnell die... Guck mal! Guck mal! Guck mal! Das sieht so dumm aus! Ah, du kleine dumme Tante. Okay, so endet es. Ich und den Wagen und wetten sie es jetzt am Steuer. Ist sie am Steuer und überfährt? Du bist zu alt, um ein Auto zu fahren. Du musst doch deinen Führerschein schon anabgeben! So, das passiert also. Okay, fassen wir zusammen. Wir haben eine Oma. Die schlägt uns fünfmal mit einem Baseballschläger auf die Fresse. Und beim fünften Mal hat sie genug. Dann fesselt sie uns, schmeißt uns in der Garage, um uns dann zu überfahren. Der Hype ist auf jeden Fall verdient. Das Spiel ist ein Meisterwerk. Später. Was ist das? Ich hab dich nicht gehört, du machst doch so dumme Schritte die ganze Zeit. Warum höre ich dich dann nicht? Noch später. What? Was? Fortnite. Noch später. Noch später. Ah, du kriegst mich nicht. Ey, wollen wir einen Film gucken zusammen? Ah! Ich habe gehört, es kommt ein neuer Avengers-Film raus. Wo bewegst du dich hin? Oh nein. Ah! Das hat aber auch echt keinen Erbarmen, ne? Die denkt sich die ganze Zeit nur, Mein Baseballschläger, dein Kopf. Boom, boom, boom. Und ich habe wieder Bolognese im Gesicht. Ach, wie unschön. 100 Millionen Downloads. Was? Ich gebe diesem Spiel zwei Omas von fünf Omas. Wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche anderen Vorschläge habt oder andere dumme Spiele kennt, die es hier herunterzuladen gibt, dann schreibt gerne einen Kommentar. Lasst die Glocken klingeln. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, das hoffentlich ein bisschen niveauvoller verlaufen wird. Mit ein bisschen weniger Werbung. Naja. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020